Level 1 vs. Level 100 Level 1 Okay Leute, wir werden angegriffen von einem Dino Was ist auch von dem da? Dann können wir ein Dino dementsprechend gegen einen anderen Dino ankämpfen lassen Wir können aber diese Eier auch miteinander kombinieren und die dann auch da drauf legen Und dann bekommen wir einen größeren Dino, der dann gegen diese Dinos kämpft Das ist eine Dino-Dino-Kampf-Situation Level 100 Wir haben oben einen Turm, den haben wir noch gar nicht gekauft Den upgraden wir jetzt sogar Wow, damit sind wir sogar auf eine höhere Heilungsgeschwindigkeit gekommen Schauen wir uns aber jetzt nochmal den neuen Dino an Welchen wir da jetzt noch freischalten können Das mit dem Und jetzt haben wir einen neuen, einen goldenen Okay, dahin Der Stegosaurus Nicht schlecht